Hallo wieder bei Warzander und Nustodeta. So, zuerst in der Folge mit meinem Marathon und Aufnahmesession, äh, Zuschauer-Modus? Laden, warum bin ich hier im Zuschauer-Modus? Okay, interessant. Ah, so. Also, jetzt geht's aber mit der F2-A1. So, jetzt geht's mit der F2-A1. Deine Mekana! Ah, so... Vielen Dank. Aha, fünf Siege braucht man für ein neues Fahrzeug. Ja, aber. Ja, gut, Teil 3 haben wir noch gar nicht. Ja, ich zieh mir erstmal auf die Siege ab für die 5-fachen Fahrzeugspunkte. Ja. 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 Gegner die Russen zusammen mit den Briten. Die Russen zusammen mit den Briten und den Briten zusammen mit den Briten. Abschluss, Pfennigsen. Sieht doch gut aus, wie wir den kamen hier. Warte, wo kommt der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. So, Statistik. Na, zurück. Zurück zum Manga. Ach, eine Trophäe bekommen wir. Einsatzgutschein zweimal. Die Maschine, okay. 1440. Abbrechen. Abbrechen. Ich will doch nicht wieder rein. Nee, 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 nee. Wie sieht es denn mit unseren Kämpfen aus? Verluste ihn mit den Italienern. Also, mit den Italienern muss ich nochmal ran. Und auch mit den Deutschen. So. Aber das seht ihr die nächste Schlacht. Also, die nächste Schlacht mit der HS123 A1. Denk ich mal. Bis gleich. Da sind wir in unserer HS123 A1. Über Pastonje. So. Rein in die Schlacht. 4, 5, 3, 2, 1. Oh. Zusammen mit den Japanern und den Italienern gegen Russen, Briten und Franzosen. Ja. Oh, okay. Da hast du dich. Du siehst mir ein bisschen gegen das ist. Du siehst mir ein bisschen gegen das ist. Heine Hemden Und jetzt da die Städt Kampf gegen die C85 und die Hemmschen hat es da knapp bekommen scheinbar fahren 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Maschine ansieht sich jetzt erst wieder Orteam, turnen ab und behebt Das ist ein dick. um jetzt sieht man für den Gegner da Ja! Wir sehen uns. Und einer der wenigen, die ihn noch übergeben, hat mich hier abgeknallt. Ja, zum Hangar. Tohanga, ein Klügel und ein neues Flugwerk. Und neuer Einspritzer, neuer Rumpf und neue Kühler. Ja, also mit den Amerikanern auch wieder verloren, aber mit den Deutschen sah es jetzt gar nicht so verkehrt aus. Na gut, jetzt gehts dann weiter mit den Japanern gleich. Bis zum nächsten Schlacht. Da bin ich wieder mit unserer japanischen Ki 27 Utsu über Mostog. So, in die Schlacht. Zusammen mit den Deutschen und Italienern gegen die Alliierten. So, jetzt geht's. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis dann. Tschüss.